moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammen einmal mit mit michael und einmal mit janni wo ist das ein sehr witzig was ihnen das richtig bauen kommst du mit mich ich bin nicht im kräer nein doch wirklich sonst hier guckt die schützt wird sonst würde ich ja fliegen hier guckt hier ich kann nicht liegen also was was haben wir erzähl mal meine zuschauer was wir hier gestern gemacht haben den raum abgerissen so ein bisschen und vergrößert ja was noch ganz viele kisten gesetzt ja die sind alle erfahrten was machst du da oben na was machen was denn was wie heißt packen auf englisch tja da bin ich raus schon dann mache ich es eben so hier michi für sie hier zum platzieren das überall hell ist ja an die wand oder auf dem boden auf dem boden oder auf der wand egal muss entscheiden muss also wenn das echt ein lager dessen lager werden soll dann ist es halt nicht sonderlich ziemlich so ein riesen raum zu machen und ein bisschen echt solche reinbauen weißt du ja das abwechslung links und rechts quasi ne ja das mal mit erde demonstrieren hier zum beispiel das halt hier irgendwie gang entsteht in der mitte weißt du dass du links und rechts die kisten hast weißt du so zum beispiel klar der gang ist mit größer werden da die kisten stehen ja guck mal ich brauche gerade was was denn lass dich überraschen was ich meine so eine art gang ja ich weiß sie hoch bis zur wand und dann hast du in der mitte so ein gang und links und rechts hast ja die kisten an der wand stehen jetzt ziehst du mit hoch hast halt wenigstens ein bisschen licht zwischen den gängen und nicht da brauchst du den ganzen raum erhellen weißt du ja ja machen oder lassen na machen ja wie breit soll in der seiner gang der dazwischen ist zwei blöcke oder ein block zwei blöcke muss ich sagen aber nicht aus erde ne und dann koppelst du da brauchst du nur einen ofen und dann machst du die brust steine und dann machst du kohle rein und dann kommt stein wieder warum steine da willst du willst du so machen aus brust stein oder wie ist steine haben oder was ja wollte ich eigentlich wäre ja na vorte hast was hast du einen ofen irgendwo ist das in der werkbank da muss ich draußen gucken wir in der werkbank kannst du ofen verwenden wenn ja nicht den ich brauche ach so stimmt schon aber ich brauche mal kohle glaube ich kohle kohle sollte ich dabei haben kohle sollte als solz kannst du auch nehmen ich weiß ach so wir müssen immer gucken ob das hier noch demonstration tiefe ist mit den betten weil das neben der dings ist neben der creeper farm ja ich weiß aber die was dann funktioniert so gut funktioniert jetzt haben wir gesellschaft mensch diese fliege dinge wieder acht die phantome ja ich weiß der lackt ein bisschen ja ich glaube durch die farm ja ist es ein bisschen überfordert das geben eigentlich nicht hat genug fps also ich kann mal ja also irgendwo sehen 29 tatsächlich ne ich meinte hier beim server nur 11 fps hat er und das sei ja das ist natürlich die kreatur da bist du noch rumpacken und spaß sieht man ja jetzt brennt sie eh was wollte ich machen kohle aufmol habe ich noch genug ja ich höre die phantome ich mache was über die michael extra für dich nur und für mich das wird ein geschenk geschenk doch du liebst doch geschenk oder nicht oder doch jedoch ist noch bruchsteine drin in der krieg auf haben anlage quasi ja ja noch und kurz hochbahn nur gerade sicher wo die ganzen bruchsteine sind deswegen bei der gräberform und meinem lager ja ich weiß nur erst mal die aus der gräberform tatsächlich die koppelst du uns ne ja das spielst du eine rolle ne blume brauchen wir erstmal ja nicht dann haben wir noch genug im lager habe ich noch profesorisch da glaube ich ne ja die dings die das lager für die koppelst du uns ja die koppelst du mir was wo ich jetzt drin bin nun wo ich um weiß alles das sollte also bei der gräberform sollte ja nun eigentlich und hin ähnlich sand wie heißt das ja machen wir ein paar mehr öfen dann geht es ein bisschen schneller hier habe ich keinen bock da 20 doch mal zu warten und was willst du nicht warten auf was willst du nicht warten ich habe jetzt ein paar öfen hergestellt sonst dauert das ewig mit einem ofen weißt du was ich meine ja ich weiß ja brauchst du mir nicht erklären ich kann mich auch nicht mal nur haben in einem ofen aber das hat deutlich länger ja ich glaube dass du schon überfordert das spiel ja das aber es leckt schon bei mir so hart ja hier die kreaturen lecken auch ein bisschen schon das sind wahrscheinlich durch so viele spawner und tag ich sag ich suche nur ein kies noch kies ist unten im lager zwar nicht sonderlich viel weiß ich nicht glaube ich das ist bei grieberform ja genau da ist kies aber ich weiß nicht wie viel da drin ist aber zumindest muss man gucken und dem lager da gehst du rein und dann links ne ich glaube du weißt ja wie es runter geht ja habe ich ihnen schon gezeigt ja dann wollen wir nicht erklären man aufgepasst hat dann brauchst du es ja nicht erklären so ich habe ein kies meinst du schlüssel ne kies heißt der schlüssel ne kies nichts also ja ja ich wollte nur noch stein knöpfe auf deine steine mache ich gerade also stein an sich ne ja man kommt stein also weil das lager und aussteigen das heißt aus wenn es einmal stein und links ist an sag mal ja mal gucken wir als erstes netherite rüstung hat du wahrscheinlich warum ich aber ich meinte damit ohne die netherite bei antiker schrott findet man höhe höhe 15 minus 15 und wo braucht man denn dafür netherite rüstung brauchst du was zu essen essen der hat genug bei der lebensanzeige ein bisschen leer ist dann dein leben kann das nämlich sehen aber mich ja nicht was wir haben leute wisst ihr wie man ein stein knopf kraftet noch mal ja ja ich weiß nicht mehr warte brauchst du ein oder wie viel stein oder komm her wie kommt zu dir auch das laut hier ja wegen den kreibern also das server ist auf 10 fps ja wegen der farm ja oder synchronisierung anhabe oder du brauchst stein knöpfe ja das reicht okay dann gucke ich mal was ich hier tun kann das sind warte achtung nicht bewegen alle michael gefroren was kannst du mitbekommen wenn du möchtest wohin na hier einen kreiber form pass auf die explodieren ja nie die passt die passt hier kannst du mit hochkommen guck mal ja so wenige ist noch mit 40 was ich weiß nicht wovon sie reden ist nicht mal 40 habe ich ja dann 20 ich weiß aber wenn ich vielleicht auch die hälfte reicht auch die hälfte oder nicht ja also reicht das so viel muss ich nicht musst du wissen wie viel sind das jetzt erwartet das sind zwei hier und warte zwei hier zwei mal vier es achte also haben wir so rechts und sitzt noch ins bono ja nicht das schreckende es geht hat das gerade stein knöpfe reinlegen kann im lager okay aber in irgendeine truhe ja und ich bin runtergefallen ja es hast du es gesehen das sind über viele also ich war mit an meiner aufgabe fertig nur noch die stein knöpfe einsammeln die ich da f eingelassen habe dann wäre ich schon fertig und die die decke decke ja ich habe auch gesagt du sollst noch die decke machen oh gott ok also das server lag ein bisschen ja das war schon gesagt decke wird schwierig wollen wir also für die spieler drauf sind jemals spiel auf dem server eben ausgelastet ja das von bis ins warte weiß was da hilft das war der schlacht tick freeze du musst noch weniger machen ja sind zu viele baut auch paar lagerfeuer rein aber wir kriegen ja das was das server lassen mit ja ich weiß was mir nicht und so sagen lagerfeuer ich habe eine gute idee welche und zwar ich mache auch da er die decke auch so außen mit dem tor so dran ja ich weiß was du meinst dann wird halt nur das problem wie soll ich hier abbiegen können jetzt recht abbiegen links abbiegen aber wie geht das denn links abbiegen zur haupt ein hauptstraße ein bisschen leise kreation sind viel zu laut so immer ein külpa krippen geht nicht richtig kannst helfen mit umbauen was kannst machen die werden einfach nur rot jetzt was danach gleich passieren mit dem külpa die werden gleich verbrannt gebrutzelt werden die ich sehe schon ein paar brennen dass das server nicht mehr so über stark gelastet ist kannst du mal kurz aufhören ich habe noch ein paar geflüchtet hat es dazu gucken guck ja die sportlich trägt alles machst du jetzt daran auch eine wand damit es nicht so läge und das geht oder die würden dann hier verbrotten es war das heißt der frei lassen also ich hätte das so wieder laufen können ja 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 schön das hört sich doch gut an und hier hinten muss man weg schritten ja aber sowas von sie stelle mich mal hier auch an die farm das ist ja das am meisten xp damit deine pickaxe wieder heil ist wo sie auch machen weil deine pickaxe ist passt weg was siehst du das die krieg ja kaum xp ab aber dafür ist was wir dafür bekommen wieder mehr fps also ich habe ich schon bin ja bekommen an meinen fps ich auch guck mal an ich weiß auch was ich drin habe möchtest du dein möchtest da mal deine pickaxe reparieren oder warum musst du dann die anderen wo siehst du so aus ja bei euch ist da drüben ist doch egal na das siehst du da unten in der leiste wie grün wie grün gelb rot aus heute ja nicht war süß jetzt können wir weiter kurz benutzen ja wir haben wir doch 20 fps werde ich mich wieder hier mit einer pickaxe dann wird die endlich wieder repariert weißt du was cool ist wenn ich zu lange mit nix im inventar da stehen dann wird automatisch so was anderem gewechselt hier zum beispiel jetzt gerade zu der axt jetzt gleich zum beispiel hier stehen ja nicht immer mit dem kopf hatte ja nicht schreibt immer was kurz ich lacht mich so weg da haben mich hier er diese mord wurde so gemacht dass der server das nicht akzeptiert wenn ich jetzt noch schreibe ich muss ohne mod spielen dann schreibt es mir über das gott okay michael hast du hast es mir auf das gott geschrieben ja ich weiß was das mehr heißt oder jetzt hast du das gemacht ja ich konnte helfen beim platzieren das hat funktioniert immer so viel xp noch damit sein da mache ich so hier guckt dass etwas noch frei ist weiß wie ich das meine ja er ich glaube da bei dem einen weg mit der decke wird es nicht mehr da darf ich das mal machen dass das mag ihr könnt ja so lange was anderes machen also geht ja nicht das service stopp ich habe auch kohle da kohle wie viele brando kochte eine normale kohle dass wir etwas wieder mehr als bock vorne haben da kann ich erst mal noch lassen weil das holz ist da noch ja nie kommst du liebe damen und herren so sorry soll ich kommt alle zur form da kommt die xp farm ist wieder eröffnet oh gott das kommt die gehen einfach freiwillig oder ja oder kommt schon creeper ja oder wir stehen hier einfach die ganze zeit bis alle gespawnt sind durch platz hier noch 500 fertig hier könnt machen dass ihr wohl michael ich muss ihnen was geben ich bitte schön das wird heutzutage nur gegessen das wird jetzt gegessen jetzt bin ich voll ich mache einfach ruhig weiter ihr habt dafür stecks bekommen ich bin halt noch nicht müde das war jetzt so für michael also ich muss das habe ich kann nicht mehr abbauen ach so ich weiß was ich mache ja aber kein aber keine was verbotene sachen sind ja ich denke schon wieder gleich am pervers weiß ich ich mache mir ein holz wert und dann erkehre ich mir nicht auch creeper damit ich schneller xp bekommen ich habe hier eine klüber form hier oben schon wieder auf mein dach bin ich für michael was baue dann ja möchtest du sehen was ich baue für mich ja eher ja aber kurz ach so hier ist das wasser so das wasser stört jetzt ja der weg ist schon mal gut gemacht ist ja schon wieder zeit für mich stimmt sami du weißt wovon ich rede ich hänge direkt unter dem baum alter richtig retten oder auch so kann ich brauche keine hilfe ja gut wenn halt nur ein baum eingeklemmt auch wie lange nur ein baum ist es ok ich lasse das wasser jetzt dies bohren weil der baum ist halt so schnell am wachsen ja wir können ja nicht mehr machen morgen muss ich schon danach nachher muss ich schon wieder zehn uhr stecken kenne ich ja diese zeit vergeht so schnell heute wer hat so ein projekt von meinen freund gestartet wer hat noch nicht mal gestartet ja nie möchtest du mal zu meiner lager kommt was ich für michael baue das muss ich dir dann zeigen das darf michael noch nicht selber sehen ach so michael guckt ja hoffentlich mein video nicht an ja das wasser richtig tp la luna zugrunde guck mal was ich hier baue was auf was unter dir ist ja guck davon brauche ich ja guck das wird erweitert hat mal was da oben hinkommt das soll michael noch nicht sehen hatte das muss ich wieder auch zufällig bauen wir brauchst du brauchst deine dass das ist nicht uffällig ist sonst wäre es dazu uffällig verstehst du ja guck mal was über uns ist meine fackel überall ist wasser für mich wäre es am besten jetzt ohne shader hier in minecraft zu kommen weil dann habe ich nicht mehr so viele legs dann habe ich irgendwas mit 300 200 fps oder so ja guten morgen ich kann ja bis 75 fps haben es kommt darauf an wie das vierte monitor schafft noch mein monitor schafft das gut und man eigentlich haben ja ich komme mal ohne motto ja macht das auf der account account aber mich aber freunde das dürfte aber mich jetzt nicht sagen was ich baue der merks glaube ich gleich eh schon wenn wir davon erzählen aber ich habe es ja unauffällig hier zugebaut also bei michael ist einfach ein ofen backofen meine ich würde sagen das war es jetzt mit diesen wie lange ging das video 36 minuten knapp freunde da würde ich sagen das war es jetzt mit dieses video last like ein abo da dann sehen wir uns dann wieder gleich wieder ich nehme gleich hinterher noch eine folge auf also gleich michael ist auch nicht mehr aktiv ja deshalb sage ich doch nicht mehr aktiv aktiv ist aber redet halt nicht janni möchtest du noch was sagen mit tschüss tschüss warte bis gleich